Lasst mich mal gerne wissen, ob ihr es genauso seht. Aber ich finde es echt schon fast furchtbar, irgendwie schnell die Zeit mittlerweile vergeht. Denn ich habe gerade vor dem Test nochmal nachgesehen und es ist anscheinend, auch wenn es mir nicht so lange herkommt, fast mittlerweile ein Jahr her, dass ich die Edify MR4 getestet habe. Damals von mir, gerade in Sachen Preis-Leistung, als sehr gut befunden, hat sich da auch in der Zwischenzeit nichts dran geändert. Ich kann die nach wie vor empfehlen und habe sie bis zum Test, der hier auch happy hier als meine Standard-Lautsprecher genutzt. Weil für einen Preis von knapp 100 Euro, und jetzt kommt es halt, manchmal im Angebot für 70, ist es echt schon fast ein No-Brainer. Weil Gesamtleistung hier einfach sowas von passt. Klang, Lautstärke, Features, Verarbeitung, einfach mehr als überzeugend. Aber, mich hatte eben Edify über eine Weile gefragt, ob ich nicht nochmal was testen will. Und unter anderem standen eben die R17 nur BT, oder im heutigen Fall hier die BTS zur Auswahl. Wollte ich allerdings im Vorfeld wissen, ob sich das für mich lohnt, weil ich ja mit denen so zufrieden bin, gerade weil es ja auch ein Studie-Monitor ist, eben fürs normale Abhören, statt eben jetzt, ich sage es mal, Desktop-Lautsprecher, habe ich mich dann eben, vielleicht fälschlicherweise, im Internet, oder sagen wir besser gesagt, auf Reddit, auf Recherche begeben. Und für mich immer noch absolut nicht nachvollziehbar scheinen, die R1700 BT oder BTS die nächst logische Steigerung zu den MR4 zu sein. Was jetzt irgendwie nicht positiv oder negativ gegen irgendeinem hier gemeint ist, aber viele Leute fragen, wie es da im Vergleich aussieht, sagen dann die meisten, ja, die sind im Prinzip, was ein MR4 ist, nur in allen Bereichen besser. Kann ich null bestätigen, denn die sind so unterschiedlich vom Einsatzgebiet, vom Klang und anderen Sachen, gerade auch Features, dass ein Vergleich keinen Sinn macht. Aber, da ich eben die Frage hatte und eben auch viele andere, möchte ich eben auch deshalb trotzdem noch ein bisschen genauer eingehen. Vorher allerdings noch kurz zu dem Punkt, was ist der Unterschied zwischen dem BT und dem BTS? In erster Linie ist es der Sub-Out, weil ihr hier einen Subwoofer dran anschließen könnt. Allerdings, wenn man ein bisschen genauer rumliest, auf Reddit, was man auch immer drauf geben kann, scheinen die BT ein bisschen basslastiger zu sein, die BTS ein bisschen neutraler. Allerdings, aufgrund dessen, was ich hier von dem BTS hier schon an Bass sehe, weiß ich nicht, was ich hier noch mehr gerne hätte. Wenn wir dann schon von mehr reden, was ist mit dem Aufpreis? Die hier kosten 160, die BT 120 und die hier knapp 100, wie schon gesagt, allerdings knapp 70. Also behaltet das schon mal im Kopf. Allerdings gibt es eben noch ein paar mehr Sachen, wie eben Features und so weiter. Und auf das gehen wir kurz mal ein, gerade allerdings auch auf die Optik, denn die gibt es, soweit ich weiß, nur in dem Furnie hier. Ist auch wirklich schön, fühlt sich echt schön robust an. Unten gibt es auch Gummifüß, die in SolidJobber. Der ist schon angewinkelt, zeigt also nach oben. Das musste ich hier mit dem MR4 mit einem 3D-gedruckten Risor machen. Ansonsten auf der Rückseite gibt es Line-In 1 und 2, den Anschluss für den zweiten Lautschwahl. Ist so ein proprietäres Kabel, allerdings hier locker lang genug, dass man sie so eineinhalb bis zwei Meter auseinanderstellen kann. Dann noch einen ausschaltet und hier eben das Sub-Out. Dann vorne die Treiber. Ich gehe, wie gesagt, auch in der Vergangenheit schon nicht näher darauf ein, was wir hier für welche haben. Das interessiert mich persönlich nicht. Für mich kommt es nur auf den Klang, der eben rauskommt. Allerdings kommt da noch was drauf, wenn ihr wollt. Eben so eine Abdeckung, die ich allerdings nie nutze. Ich habe sie auch, glaube ich, schon verlegt. Ansonsten gibt es hier drei Regler. Einmal für Höhen, für Bass. Allerdings seht ihr hier schon, die Mittenstellung, die auch ein Raster hat, ist nicht mal mittig. Also da hat man ein bisschen gepatzt. Ansonsten auch noch Lautstärke. Könnt ihr hier noch den Input verändern. Allerdings könnt ihr das Ganze auch wirklich sehr, sehr praktisch per Fernbedienung machen. Also an und aus, lauter, leiser. Dann eben vor und zurück, Play, weil das Ding ja auch Bluetooth hat. An und aus vom Surround-Feature, oder wie immer noch, wenn man das sehen will, kommen wir gleich noch zu Line-In-Line. Zwei, dann noch Mute und eben Bluetooth. Wäre es das gewesen. Ganz kurz zu diesem Sound-Erweiterungs-Feature. In bestimmten Bereichen kommt es jetzt gar nicht mal so schlecht. Allerdings, sobald Vocals kommen, bei Filmen wirkt es, dass die so ein bisschen rausgestellter sind. Die Bühne allerdings ein bisschen komisch, sehr, sehr weit diffus. Probiert es mal. Also in den meisten Fällen, gerade bei Musik, würde ich sagen, nee, lass dir Finger von, das passt schon so. Ansonsten Bluetooth ist ein nice Feature, auch mit der Fernbedienung und so weiter. So weit, so gut. Also in Sachen Features, seht ihr schon mal, im Vergleich zum M4 bekommt ihr hier mehr. Ihr bekommt zwar dort Balanced-In, hier eben nur Chin, aber dafür bekommt ihr ein Zweit-Line-In. Ihr bekommt die Fernbedienung, ihr bekommt Bluetooth, ihr bekommt das Feature, was ihr auch immer damit anfangen wollt, und ihr bekommt ein Sub-Out. Laut, von daher, schon mal nicht schlecht. Wie sieht es in Sachen Lautstärke aus? So wie ich das hier nachvollziehen kann, wobei ich hier absolut nicht maximale Pegel fahren kann, aufgrund der Nachbarn will ich das einfach hier im Studio nicht, das ist doch ein bisschen komisch, schallerregend, können die hier lauter als die. Allerdings, für mich, haben die hier im Studio mehr als laut genug spielen können. Was allerdings hier ein bisschen lauter war, war das Rauschen. Und damals habe ich es am Test schon gesagt, habe ich es so gemacht. Ich habe die Lautstärke genommen, die ich maximal sonst fahre, noch ein bisschen Reserven und den Rest dann immer unter Windows geregelt. Und dann hatte ich auch kein Problem mit dem Rauschen. Hier allerdings ist das nicht mal nötig, denn ich kann es hier nach wie vor auch so machen. Allerdings ist das Rauschen im Prinzip so gering und wird auch mit lauter Regeln nicht lauter, dass ihr hier gerne auch die Fernbedienung nutzen könnt. Ist kein Ding. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ein Bonus. Also höhere Lautstärke, geringeres Rauschen. Jetzt kommen wir allerdings zum Part, wo sich bei mir ein bisschen die Geister scheiden, weil hier jetzt eben der größte Unterschied ist. Obwohl ja schon recht viele Unterschiede sind in Sachen Vita und so weiter. Aber es ist der Klang. Fangen wir mal kurz mit der Bühne an. Was ich hier wirklich cool fand, war, dass es im ersten Augenblick deutlich diffuser wirkte. Denn was bei mir hier ein bisschen unglücklich ist, dass ich näher an einem Lautsprecher bin als am anderen. Und gerade bei den MR4 war das oft der Fall, dass ich eben den Linken, der näher bei mir ist, eben lauter höre. Was in bestimmten Fällen halt doch ein bisschen störend ist. Hier wirkte das deutlich besser, denn es wirkte diffuser. Und ich konnte jetzt nicht so direkt sagen, das ist jetzt von rechts zu links, obwohl ich näher dran bin. Manchmal schon. Kommt natürlich immer auf die Pegler. Und was man da hört, war das ein, sag ich mal, nicer Bonus. Aber ich habe gemerkt, dass die hier schon recht schnell irgendwie nicht so die perfekte Bühne haben. Weil das Imaging ist dadurch, dass so diffus ist, ist ja schon sowieso nicht so optimal. Aber hier wirkte alles ein bisschen konfus. Also man konnte teilweise bestimmte Sachen nicht so sauber orten. und der Klang, die sind zwar gedacht dafür, dass man recht nah dran ist, bei größerer Hördistanz schon sehr, sehr schnell abfällt. Das hat mich gewundert, weil ich dachte, die können ja mehr Pegel. Aber als ich dann eben im direkten Vergleich die hier nochmal gehört habe, auf die gleiche Distanz, dachte ich mir, das ist ja viel, viel stimmiger. Denn ich habe die eine ganze Weile nicht gehört und die genutzt. Dachte ich, das ist wahrscheinlich bei denen ja noch schlechter. Aber das ist ein bisschen komisch. Also hauptsächlich die Bühne ist ein Punkt, wobei ich jetzt eben zu den nächsten Aspekten noch komme. Gerade auch, weil wir gesagt haben, die BTS haben ja weniger Bass als die BT. Die haben meiner Meinung nach mehr als genug. Und eine Sache müsst ihr beachten, müsst ihr fast schon machen. Ihr müsst sie recht gut vom Tisch entkoppeln. Weil anfangs hatte ich das und die ganzen Resonanzen gingen auf den Tisch über. Das hat sehr, sehr stark gedröhnt, auch vibriert. Ich habe mir dann so recht dicken Schaumstoff gekauft. Oder hatte ich übrig, besser gesagt, auf den Tisch gestellt. Das hat das Ganze deutlich verbessert. Wo es allerdings nicht wirklich geholfen hat, ist der komisch boxige Mittenbereich. Denn gerade Stimmen, gerade wenn ihr YouTube-Videos hört mit starker Kompression, was ja heutzutage leider viel zu viel der Fall ist, wirkt das sehr, sehr boxig, sehr, sehr dröhnend, sehr, sehr unangenehm, sehr, sehr penetrant. Und das ist halt das Problem. Ihr könnt es nicht wirklich direkt mit dem Lautsprecher beheben. Denn Bassregler bringt nichts, weil es nicht unbedingt der Bassbereich ist. Und Höhen genauso nicht. Deswegen hätte ich hier echt gerne Mittenregler gehabt. Also die Mitten sind ja ein bisschen geschmackssachig abgestimmt. Denn von den Höhen ist es okay. Okay, die sind klar und so weiter und das ist auch gut. Und wenn ihr jetzt eben Sound hört, der diese Frequenz in der Mitte nicht wirklich abbildet, nice. Aber ich fand es halt so nervig, wenn ich hier im Studio meine Videos schneide und ich mache schon nicht allzu viel Kompression drauf. Das ist nicht wirklich allzu aufdringlich. War das sehr, sehr nervig, auch bei vielen anderen Videos. Und man kann es wahrscheinlich in den Griff kriegen, wenn man sie noch ein bisschen stärker vom Tisch abtrennt. Wenn man vielleicht irgendwie per EQ da was hin und her macht. Aber ich habe mich damit fast schon abgefunden und dachte, ja, die sind ja besser, weil damals im ersten Augenblick wirkte mir das so. Habe ich dann eben gestern gerade nochmal die eine Weile genutzt. Und ich muss sagen, für mich ist der Unterschied mehr als eindeutig. Gerade nachdem ich die jetzt eben auch auf diesem Schaumstoff hatte. Mitte diesem Risor, den ich mir 3D gedrückt habe. Also von der Höhe. Okay, ja, das rechts, links ist immer noch ein bisschen eher hörbar. Aber der Klang ist nicht nur deutlich neutraler, weil sie ja als Monitor auch dafür gedacht sind. Aber viel, viel natürlicher, viel, viel stimmiger. Und die haben auch einen schönen Bass. Weil der hier wirkt schon nicht, ja, teils schon auch boomy. Aber er wirkt von der Auflösung nicht allzu hoch. Aber er ist nicht wirklich tight, nicht präzise. Also es ist schon fast ein schlampiger Bass. Der wirkt ja nicht so tief, vielleicht nicht so brachial. Aber eben deutlich konturierter, deutlich besser von der Dynamik. Und einfach deutlich stimmiger. Aber Hauptpunkt für mich hier, und deswegen möchte ich auch klarstellen, das ist nicht unbedingt jetzt nur, weil er für mich ist. Und der bessere auch, also der schlechtere eben für euch der. Denn mitten. Ich höre hier hauptsächlich eben meine Stimme, die ich eben schneiden muss, weil ich sonst hier kaum noch was mache. Aber YouTube-Videos, und das ist mit dem sehr, sehr angenehm. Sehr, sehr natürlich. Es gibt ja hier auch Musikmodus, aber Höhen. Mit dem höre ich wirklich gerne Musik. Mit dem dachte ich mir so immer, ja, geh, wenn, wenn, ja. Deswegen möchte ich da auch gar nicht mehr allzu lange drauf rumreiten. Wie schon gesagt, für manche könnte es ja besser sein. Denn Features sprechen hier definitiv für sich. Also Lautstärke, geringeres Rauschen, Fernbedienung, vielleicht einen Anschluss mehr, Subout. Dieses diffusere Bild kann ja für euch besser sein. Und es ist definitiv klar besser als die meisten Fernseherlautsprecher. Wobei, da gibt es ja mittlerweile, wobei teure Fernseher eben auch bessere. Aber wer so einen teuren Fernseher hat, der wird sich bessere Lautsprecher holen. Aber deswegen, die bedingt, wie gesagt, das klingt wahrscheinlich definitiv negativer, der Test, als ich es habe zeigen lassen. Denn schlecht sind sie nicht. Aber im Vergleich zu denen, die bei mir in dem Raum, wo ich einfach nochmal klarstellen möchte, alles andere als Optimales, einfach deutlich angenehmer klingen, gibt es ja eher eine Empfehlung für die, auch weil sie günstiger sind. Klar, ein paar Sachen verzichtet mal drauf. Aber, wer die haben will, ihr seht es vielleicht schon hier, ich zeige es auch nochmal hier. Ich habe auch noch von Edifier die QR-65. Und ich sage euch schon mal eins, vom Klang nochmal viel besser. Klar, die kosten auch 350 Euro, aber die haben, muss ich ganz ehrlich sagen, dieses coole Light-Feature. Aber der Klang ist wirklich hier in dem Raum, wo ich nicht wirklich jemals wirklich sehr guten Sound gehört habe. Sehr, sehr überzeugend. Allerdings sind sie in manchen Bereichen so komisch, so nicht nachvollziehbar. Das hatten wir ja heute schon mal. Dumm. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber ich habe es ja seit zwei Tagen. Ich muss da noch ein bisschen mit rumspielen, ob ich mit ein paar Dingen irgendwie einen Kompromiss finden kann. Aber bis dahin, mein Fazit. Die hier. Teurer ist nicht immer besser. Hört vielleicht auch, was die auch auf Reddit sagen. Vielleicht in einem anderen Raum. Unter anderen Umständen für andere Leute mögen, die ja besser sein. Aber ihr könnt nicht sagen, die hier sind die in besser. Nee, nee, nee. Besser, weil anders. Weil mehr Features. Reddit. Was für ein Scheiß labert ihr da manchmal? Oh, ey. Vielleicht bin es ja auch ich. Ich will definitiv nicht sagen, ich bin die Autorität hier, denn so viele von den Dingern habe ich nicht getestet. Auch aus dem Grund, weil mein Raum hier nicht optimal ist. Und weil ich auch nicht die größte Ansprüche habe. Wie gesagt, ich kann hier keine hohen Pegel fahren. Und die hier waren immer mehr als überzeugen. Und ja, die QF65, wenn sie nicht so dumm werden, machen es nochmal so viel nicer. Aber ja, meine Hand geht vielleicht doch weiter, falls ich in der Zukunft vielleicht die Chance kriege, noch ein paar mehr zu testen. Nicht nur vielleicht von Edifier mal. Also, falls irgendein anderer Hersteller das hier vielleicht sieht. Oder eben E-Mail. Bis zum nächsten Mal. Ciao.